Volkswagen, vielleicht, dass wir hier nochmal kurz auf die Zahlen schauen, Kursgewinnverhältnis 3,8 und 7% fast Dividende, sieht nach einem absoluten Value Play aus, könnte aber meiner Meinung nach auch wirklich eine Value Trap sein, so eine Wertfalle, in die Value Anleger gerne reintreten, wenn sie eben schauen, sich die Kennzahlen hier anschauen bei VW und sehen, wir waren hier bei 6, bei 5, bei 7, bei 9, bei 13, bei 8, bei 10 und jetzt im Moment stehen wir bei 3,8 am absoluten Tiefpunkt vom Kursgewinnverhältnis, wo der Gewinn pro Aktie doch relativ dynamisch hier gelaufen ist, also wir stehen wirklich am Tief des KGV, aber da stehen wir jetzt schon lange, da stehen wir schon relativ lange und wenn wir uns jetzt mal den Verlauf anschauen über das letzte Jahr, dann sehen wir, dass die Bewegung übergeordnet hier noch abwärts gerichtet ist und das, was mir eben nicht gefällt, ist auf der Unterseite die Begrenzung, die hier läuft, ja, das ist so ziemlich, dieses Niveau, das ist eine relativ horizontale Begrenzung, auf der Oberseite sieht das Ganze aber so aus, dass wir hier immer noch einen klar fallenden Trend haben und wir sehen das auch ganz gut, Momentum in die Aufwärtsrichtung wird hier häufig sofort mit Momentum in die Abwärtsrichtung wieder beantwortet, Momentum in die Aufwärtsrichtung wird mit Momentum in die Abwärtsrichtung beantwortet und jetzt wird das Ganze hier sogar noch bearischer, wir haben hier einen mühsam sich raufquälenden Chart und jetzt sehen wir hier dieses Momentum, diese Dynamik, die innerhalb von zwei Tagen die gesamte Bewegung hier pulverisiert, das sieht nicht gut aus, ja, das sieht nach wie vor nicht gut aus, ich sehe hier charttechnisch eine hohe Gefahr nochmal unter 115 Euro zu rutschen. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, die waren auch so ein bisschen gemischt, ja, wir hatten hier Zahlen im Bereich, ich hole es mal kurz rein, wir hatten hier Zahlen im Bereich operatives Ergebnis, 5,6 Milliarden, die hier erzielt worden sind, 6,1 Milliarden waren erwartet worden, also Erwartungen deutlich verfehlt. Für die operative Marge hatten die Analysten 8,5 Prozent nach 6,8 Prozent im Vorjahr erwartet, geliefert haben wir jetzt hier 7 Prozent, also deutlich unter den Prognosen Umsatz, der ist gestiegen, etwas über 80 Milliarden Umsatz, da hatte man nur mit 79,5 gerechnet, aber das ist das, was ich eben schon gesagt habe, Umsatz ist eine Geschichte, der ist jetzt etwas höher, aber wenn mit diesem höheren Umsatz die Marge anderthalb Prozent schlechter kommt als erwartet, dann ist klar, dass wir am Ende weniger verdienen. Das Ergebnis nach Steuern ist sogar noch niedriger ausgefallen als im Vorjahr und das gefällt mir nicht so gut. Wenn wir uns die Auslieferungen anschauen, die sind insgesamt gestiegen im ersten Halbjahr um 12,8 Prozent weltweit, aber und jetzt kommt das große Problem, China, der wichtigste Markt für Deutschland, mehr oder weniger, da sind die Umsätze um 1,3 Prozent zurückgegangen und dementsprechend hat man jetzt die Verkaufsprognose hier gesenkt von 9,5 Millionen Fahrzeuge, die man bisher prognostiziert hatte, die Analysten hatten schon nur mit 9,2 Millionen gerechnet, hat man das Ganze jetzt angepasst auf 9 bis 9,5 im Mittel, also ungefähr bei den Analysten Erwartungen, aber eben reduziert. So und das ist natürlich ungünstig. Die operative Marge soll jetzt auch tatsächlich nur zwischen 7,5 und 8,5 Prozent kommen, im Mittel also 8 Prozent, quasi unverändert zum Vorjahr. Und das ist problematisch, weil wir sehen hier keine Verbesserung. Und man entschuldigt das jetzt dadurch, dass man ja eben nicht mehr im Chipmangel drin ist, sondern jetzt ist man im Transportkapazitätsmangel drin. Man sagt, wir haben jetzt Schwierigkeiten hier, die Transportkapazitäten zu bekommen, die wir brauchen. Das ist jetzt also nicht mehr Chipmangel, sondern man hat jetzt das nächste Problem. Und diese Probleme, die kommen natürlich zu den ganzen bekannten Problemen, die VW im E-Bereich hat, nämlich diese Software, die nicht so wirklich will, wie die Geschäftsführung will. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Baustellen reißen hier nicht ab. Ja, man hat das jetzt, man versucht, glaube ich, gerade die Anleger zu beschwichtigen und hat daraus jetzt eine Konsequenz gezogen und sagt, man wird die Managementvergütung viel stärker auf die Ziele ausrichten. Das heißt, wenn die Manager ihre Ziele nicht erreichen, dann gibt es eben auch nicht mehr so hohe Bonuszahlungen. Ja, vielleicht möchte man damit nochmal den Spirit so ein bisschen ankurbeln, auch in der Firma und auch die Aktionäre ein bisschen ruhig stellen. Aber insgesamt, finde ich, ist das übergeordnet immer noch eine recht schwache Leistung, die VW hier zeigt. Und jetzt haben sie gestern, glaube ich, noch den Vogel abgeschossen, nehmen jetzt noch 5% Kapitalisierung im Unternehmen von Xpeng. Ja, das ist ein chinesischer Elektrofahrzeughersteller, der im letzten Jahr, glaube ich, so um die 125.000 Fahrzeuge verkauft hat. Und ja, man nimmt jetzt hier für 700 Millionen Dollar einen 5% Anteil an diesem Unternehmen und hat mit denen jetzt also auch eine Kooperation getroffen, eine Zusammenarbeit und möchte jetzt also Mittelklassefahrzeuge für den chinesischen Markt entwickeln. Und dabei wird, wen wundert's, Xpeng verantwortlich sein für den Bereich Software. Also, ich weiß nicht. Also, das ist nicht das, was ich von einem deutschen Autobauer erwarte, dass er sich in ein chinesisches Unternehmen einkaufen muss und dann die Softwareentwicklung von den Chinesen übernehmen lässt, weil es schlicht und ergreifend nicht möglich ist, mit der deutschen Software irgendwie den chinesischen Markt zu bedienen. Also, ich hätte mir da mehr erhofft. Und anscheinend die Anleger auch. Es geht um 3% nach unten. Und wie ich finde, heute tatsächlich zu Recht. Und wie ich finde, heute tatsächlich zu Recht.